Bei den Free Guild War gegen R&Jsus. Bandits. Schauen wir mal was da rumläuft. Okay, Cancer Team. Cancer Team Hobsweier. Langweilig. Auch langweilig eigentlich. Überall schauen. Wirklich. Ich würde sagen wir machen aber trotzdem den hier. Fangen wir unten an. Unten will ich sowas machen. Aber das da oben. Das schreit förmlich nach Captain Arena. Ehrlich. Welche. Aber das ist immer so. Ich weiß nicht ob man irgendwas killen mit Daryon Passive und. Naja. 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 Aber irgendwie. Mir fällt. Mir fällt echt nix ein. Was ich. Was ich da machen könnte. Ja dann. Ich weiß nicht. Also mich so. Ich müsste mindestens halt wirklich. Naja. Irgendwas. Naja komm. Irgendwas wird sicher umfallen. So schlimm kann es glaube ich nicht werden. Oder? Irgendwas wird umfallen. Hauptsache. Hauptsache. Artemil Stripped nicht. Okay. Mach mich stolz. Katharina. Okay. Rechts. Naja. So. Ganz okay würde ich mal sagen. So. Nein. Ich mach. Nein. Ich mach nicht. Greedy. Die. Naja. Ich glaube erst das Spiel hätte nicht gekillt. Naja. Wow. Das war grad übel. Also das ist mal. Fix ne. Swift. Better. Shit. Hm. Okay. Ah. Was mach ich. Keine Ahnung. Wie meine Tech war irgendwie. Nach normale Tech war. Na gut. Kali. Güte. Beta. Dankeschön. Kein Silence of. Hm. Wollte sagen. Kein Silence of. Bulldozer. Zwei Runden vor allem. Und kein Stun. Aber gut. Macht glaube ich nix. Die Makali Attack. Bar. Okay. Baffen wieder. Kali killt jetzt. Windopendo. Und Bulldozer hat. Nuke ready. Okay. Na gut. Nice. Outplate. Easy. Okidoki. Fermion. Schultern. Komische Devs. Sogar nicht Standard. Teilweise. Ok. Dann. Ist halt auch langweilig. Irgendwie immer schauen. Wuster bringen. Ach. Ich wünschte mein Liebliebe endlich speedtuned. Ob man Sniper überleben kann. Schauen wir mal. Ok. Also Turn 1 haben wir sicher. Das heißt wir haben Attack, Buff und Immunity. Ok. Machen wir sowas. Toll. Ok. Schauen hat glaube ich nichts gemacht. Also kill man halt schon. Körbe. Stun. Nice. Ja. Ja. Detoniert nur vom Stun. Wie viel Damage machst du? Nicht genug. Stun. Ok. Fermion down. Stun. Oh das ist das alles. Ok. Er heilt sich. Oh die Sitte. Was ist das hier? Merkst du siehst ins Koma oder was? Hm. Du siehst das echt alles. Aber er wird trotzdem sterben. Na gut. Ich bin ja ein Idiot. Uuuh. Na gut. Meine Überlegung. Hm. Skogul killen. Indem ich einfach mit Kali einen normalen Hit mache. Aber ich glaube. Ich weiß nicht ob dann trotzdem der Damage reicht. Oh. Shit. Vor allem kommt Perna danach auch dran. Perna kommt vor Bulldozer dran. Hm. Ok. Naja ich muss ihn. Ich muss ihn. Kali nuke nehmen. Killen. Shit. Jetzt muss ich. Naja ich muss Kali nuke nehmen. Perna first life. Perna first life. Perna first life. Perna first life. Und dann geben wir uns selbst wieder Buff. Also attack power. Perna first life. Perna first life. Jo. Perna first life. Was man nicht alles mit. So einem Team regeln kann. Jawoll. Double crit auf Woosa. Easy. alles beabsichtigt. Natürlich nicht. Na gut. Er hier ne. Malungs. Malungs. Google. Perna. Tja. Und was machen wir da unten. Mein erstes Ding wäre natürlich Lucien. Oder Katarina. Mann. Katarina muss ich. Muss ich sein lassen. Jetzt mal. Ich würde ihn mal. Ähm. Das Ding ist halt trotzdem irgendwie würde ich ihm. Wenn Cyrus. Cyrus ist immer ein wenig. Drecks Tiana passiv hier. Das ist. Ich mach's trotzdem. Das ist einfach super nervig. Na gut. Nachdem wir schneller sind. Nachdem wir schneller sind. Oh. Toll. Stan. Hm. Ich glaube jetzt, dass ich Molon heilen muss. Ah. Sag ich ja. Okay. Ähm. Machen wir. Full of Blossoms of Perna. Damit wir wieder attackbar kriegen. Dann haben wir. Zweiten Skill wieder ready. Naja. Er braucht schon. Tja. Soon. Dann wäre er aus Google. Tja. Ok. Tja. Tja. Joanna passiv will jetzt sicher proggen. Auf Zeratou. Das ist das was einfach behindert ist. Zeratou wäre eigentlich gestorben. Zeratou war eigentlich gestorben. Man sieht auch die Animation von Triana, aber immerhin, wir haben scheinbar alles irgendwie sonst resettet, Serratour hat halt keine Immunity, keine Deck-Buff, gar nichts, also von daher super easy, naja eigentlich ein recht cooler Gildoer muss ich sagen, na gut, ja ich muss jetzt noch Siege machen, schaut schon wieder katastrophal aus, so viel zu machen, geht dabei ja nix, na gut, danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal.